Guten Tag, ich begrüße Sie heute zu einem ganz anderen Vortrag, mit dem ich auf ein brennendes Problem hinweisen möchte. Sieben Säuglinge und ihre Eltern wurden zum Justizopfer. Es ist eine Dokumentation, denn bereits schon siebenmal nahmen Justiz- und Jugendamt harmlosen Eltern ihre Babys weg. Und zwar, weil Rechtsmediziner die Röntgenzeichen der Rachitis nicht erkannt haben. Dieser Beitrag ist ein Weckruf für Eltern und Ärzte. Er ist notwendig, weil er auf einen blinden Fleck der Medizin aufmerksam macht. Die Notwendigkeit von Sonne und Vitamin D. Sie haben dem Baby die Knochen gebrochen, das sagt der Klinikarzt. Die Radiologen sehen die Brüche, die Richter schließen sich dem an, das Jugendamt nimmt die Kinder weg, Die Mutter ist plötzlich eingekreist von einer Übermacht studierter Leute, den sie möglicherweise auch als Alleinerziehend nicht standhalten kann. Haben Sie Beweise für Ihre Unschuld? Ein blödes Argument, denn Unschuld kann man nie beweisen. Es geht ganz schnell. Auch wenn sie vorher komplett unbescholten sind, nichts sich haben jemals zur Schulden kommen lassen, in 24 Stunden kann jede Mutter ihr Kind verlieren. Erst werden Knochenbrüche festgestellt. Das Kindeswohl steht zur Diskussion. Jemand sagt, Gefahr ist im Verzug. Das Jugendamt. Und dann kommt der Sorgerechtsentzug. Anschließend haben diese Mütter keinen Zugang mehr zum Kind. Keine Arzttermine können sie mit dem Kind wahrnehmen. Der Verbleib des Kindes ist definiert. Der Name des Kindes darf sogar geändert werden. Ob das alles richtig ist oder falsch, wir müssen das analysieren. In vier Kapiteln habe ich den folgenden Vortrag eingeteilt. Einmal werden Mutter und Kind zu Justizopfern. Wir schauen uns an, wie die Rachitis im Röntgenbild zu erkennen ist, was es an Justizirrtümern bereits gegeben hat und auch dann die Logik der Rachitis, warum das überhaupt passieren kann. Das ist die Vierteilung des Vortrags. Teil 1. Justizopfer Es beginnt ganz nett. Wir sind hier in einem Land, in dem Vitamin D entdeckt wurde. Schon im Jahre 1928 gab es dafür den Nobelpreis. Wunderbar. Das ist die Normalität. Schwangere, die am Äquator leben, steigern dann in der Schwangerschaft noch ihren Vitaminspiegel von 47 auf 58 Nanogramm pro Milliliter. Die Neugeborenen haben nicht so viel wie die schwangere Mutter. Es wird nur etwa die Hälfte an das Baby weitergegeben. Immerhin. Hier gibt es weniger Komplikationen. Die natürliche Situation ist ein hoher Vitamin D-Spiegel. Schalten wir ins trübe Deutschland. Wir haben hier bei ganz vielen Schwangeren einen Vitaminspiegel, der keine 20 erreicht, nämlich bei 90%. Und beim Baby sind es natürlich noch mehr, nämlich 97%. Wir wissen, dass nur ein Teil des Vitamins an das Baby weitergegeben werden kann. Fast jede Schwangere leidet hier an Vitamin D-Mangel. Und beschäftigen wir uns mal mit rückständigen Entwicklungsländern, die eine katastrophale Infrastruktur haben, nämlich Deutschland, hier in schwarz eingezeichnet. Die Versorgung in der Schwangerschaft ist miserabel. Keine Kassenleistung ist es, den Vitamin D-Spiegel zu bestimmen oder Vitamin D-Präparate auf Kasse zu verordnen oder darüber zu beraten. Es findet keine Korrektur statt. Das ist die Infrastruktur, auf der die folgenden Probleme gedeihen. Dass schließlich die ganzen studierten Leute, der armen Mutter gegenüber stehen, die sagt, ich möchte mein Baby wieder haben. Und wir fragen, gibt es eine Krankheit, bei der zunächst zahlreiche Knochenbrüche auftreten, die dann anschließend wieder spurlos verschwinden kann? Etwas gespenstisch. Wie kann ich verhindern, dass man mir mein Baby wegnimmt? Muss ich jede Mutter fragen? Und durch genaue Kenntnis von Vitamin D und Derachitis kann man ein falsches Urteil des Richters anfechten. Hier ein Vorwort. Es handelt sich hierbei um keine Fiktion. Es ist eine Abhandlung mit wissenschaftlichem Anspruch nach wahren Begebenheiten und Originalbildern. Justizirrtum und Justizopfer, das sind schwere Vorwürfe, die ich aber im Einzelnen erläutern werde. Umfangreiches Beweismaterial wird hier dargestellt. Der Zweck dieser Darstellung ist es, eine Serie von Fehlern gerade in der Rechtsmedizin zu beenden. Wissenschaftliche Quellen von internationalem Rang unterstreichen den Anspruch auf eine dringlichere Form im medizinischen Bewusstsein. Rachitis im Röntgenbild. Das ist ein Vorabbild, in dem wir vier Signale sehen. Die schlauchartige Umhüllung des Knochens, hier als schwache Schicht angesehen. Teleskopartige Brüche, wo die Knochen sich ineinander schieben, wie ein Teleskop am Transistorradio. Drittens, wolkenartige Knochenbruchwolken und nebulöse Kanten der Knochen. Das alles werde ich noch näher darstellen. Und zwar greifen wir hier in das Standardwerk, erschienen im Jahre 1910, Die Rachitis im Röntgenbild. Die Texte bleiben den Lesern überlassen, die sich die ganze Sache jetzt als PDF anschließend herunterladen. Es ist jedem empfohlen, der sich hier fachlich mit beschäftigen muss. Hier heißt es noch, die klinische Diagnose wird wohl kaum einmal auf Schwierigkeiten stoßen. Leider doch, 100 Jahre später, ist die Rachitis aus dem Bewusstsein der Ärzte verschwunden. Hier steht noch, in welch ungeahnt kurzer Zeit die Natur es zustande bringt, den schwer veränderten Knochen umzubauen. Hier haben wir schon einen Hinweis darauf, dass diese Krankheit sehr schnell kommen und gehen kann. Sie ist in verschiedenen Stadien gleichzeitig möglich. Im Übermaß wird Knochensubstanz gebildet, Knochengewebe bleiben aber kalklos. Das sind Kriterien, die wir jetzt hier einmal ansehen möchten. Hier sehen wir einen wolkigen Knochen, der keine scharfe Kontur hat. Das wäre eine scharfe Kontur. Hier oben fehlt es. Hier vorne ist auch kein klarer Übergang. Hier wird der Knochen wolkig. Hier, blau eingezeichnet, sehen wir so eine Art Zaun, die da drauf ist. Das ist die Knochenhülle und dieses Schlauchphänomen, das auch hier zu erkennen ist, wenn man ganz genau hinsieht. Das sind alles Zeichen der blühenden Florites, äh, der Floridenrachites. Hier sehen wir einen rachitischen Schädel, der an einigen Stellen unglaublich dünn ist und an anderen Stellen aufgetrieben. Das Knochenwachstum ist ziemlich chaotisch. Ausfransung, hier herausgezoomt, dass wir hier keine Durchbauung haben, sondern fischzugartig bilden sich hier nur Knocheninseln und hier der Rand ist, als hätte man eine Nebelschicht drüber gelegt. Erneut hier die Transparenz des Knochens und auch die fehlende Kontur. Hier sehen wir eine Fraktion, das heißt einen Bruch, eine Fraktur des Knochens und das nennt man in der Fachsprache Infraktion. Der Knochen schiebt sich hier ineinander, hier ist er breit, da ist er schmal und es bilden sich solche komischen Beulen. Hier ist der Knochen geknickt und hier sind Kalkbänder zu sehen. Normalerweise ist der Knochen komplett durchbaut. Hier eine wolkige Struktur, die darauf hinweist, dass kein Baumaterial zur Verfügung ist, um diesen Knochenbruch zu heilen. Hier sehen wir die Schichtung des Knochens in dieser kalkhaltigen Knochenhaut. Hier wiederum diese nebulösen Übergänge. Hier müsste eigentlich ein regulärer Knochen sein, eine Knochenkontur. Dieses Kind ist zwei Jahre alt, hat hier dieses gewählte Kalkband als Zeichen der Rachitis und hier auch den fehlenden Abschluss. Der Knochen muss hier normalerweise konturiert sein. Hier nochmal eingezoomt. Ein dünner Knochen, der kaum in ihrem Zentrum stärker Schatten wirft als das umgebende Gewebe. Die Transparenz. Weitere Bilder, fehlende Konturierung und hier auch eine Verdichtung. Bei der Heilung hier ist schon das Kalkband zu sehen, das bei der Heilung erschienen ist. Halten wir fest. Das radiologische Rachitisrisiko hat vier Signale. Erstens, dass sich ein Schlauch bildet. Zweitens, dass die Knochen ineinander brechen. Drittens, dass sich hier eine Wolke oft bildet, keine klare Knochenheilung. Und, dass sich hier eine Knochenkontur nicht richtig bildet, sondern nur eine Art Nebel. Genauer gesagt, in der Fachsprache kann man es hier nachlesen. Blätterteiglamellen, Periost, Infraktion, zu wenig Kallus, unscharfe Knochenenden. Die Justizirrtümer. Hier ein Kind, was der Mutter weggenommen wurde. Hier das Röntgenbild. Wir sehen, hier durch die gelben Punkte angedeutet, dass sich hier auch diese zweite Knochenhaut bildet, dieses Schlauchphänomen. Hier sehen wir den Einbruch mit Ineinanderschiebung, die Infraktion. Hier fehlt es an der entsprechenden Durchbauung des Knochens. Der Knochen wirkt nebulös. Hier nochmal herausgezoomt, unscharfe Konturen, insbesondere hier in den Rand- und Eckbereichen. und hier kann man gelben Punkten folgend eine kalkhaltige Hülle sehen. Natürlich ist der Knochen hier auch gebogen, weil er unter der Last sich verändert hat. Ein weiterer Fall zeigt hier die Doppelkontur, die Infraktion und auch die verwaschene Struktur, wo hier kaum eine Knochenkontur erkennbar ist. Erneut links der Oberschenkel hat hier den Blätterteigartigen Aufbau. Wir sehen hier Schlauchphänomen, mangelnde Transparenz, nebulöse Zone. Hier auch die Verbiegung und auch das ist eine Verbiegung, wie sie der Rachitis entspricht. In den Fingerendgelenken kann man die Knochen der Finger kaum erkennen. Es ist alles wie im Nebel. Weitere Zeichen finden sich hier an den Frakturenden, dass hier die Knochenbildung der Fraktur, wie sie normal wäre, kaum stattfindet. Wir haben hier auch richtiggehend Lücken und der Knochen ist kaum transparent, kaum dicht. Die Frakturzone ist hier in diesem lamelligen Knochen mit einer chaotischen Wolkenbildung statt Frakturheilung und hier auf der nicht frakturierten Seite ist diese Linie zu erkennen, der rachitische Knochenschlauch. Wurde nicht erkannt, dieses Kind wurde den Eltern weggenommen. Wir sehen hier auch eine Bildung von Luftblasen im Bauch, typisch für die Verstopfung, die bei der Architis stets oder oft zu beobachten ist. Hier sehen wir eine schlechte Kontur, eine ungenügende Durchbauung hier mit Kalk im Bereich der Endenden, im Bereich der Knochenenden. Wiederum das Schlauchphänomen. Hier sind Verdickungen, wie die roten Pfeile zeigen. Rippenbrüche sind hier in Serie vorhanden und das als Zeichen des rachitischen Rosenkranzes. Die Hand und das Handgelenk, nebulös. Das sind Rachitis-Zeichen, die allesamt nicht erkannt wurden. Schlauch-Zeichen, Blätterteig-Zeichen, Teleskop-Zeichen, Wolken-Zeichen, Kalk-Lücken-Zeichen, Transparenz-Zeichen, Säule im Dunst-Zeichen und der rachitische Rosenkranz. An diesen Dingen sind Radiologen und Rechtsmediziner und Klinikärzte allesamt vorbeigerannt. Die Unstimmigkeiten im Prozess waren auch auffällig. In der Familie hat es niemals Gewaltanwendung oder Bezeugung dafür gegeben. Das Kind war nicht vernachlässigt, es hatte keine Verletzung der Haut. Wenn jemand geschlagen wird, dann sieht man blaue Flecken. Das war niemals der Fall. Die medizinische Abklärung wird durch die Eltern veranlasst und die Eltern ertragen die Demütigung des Verfahrens voller Vertrauen auf die rüstische Wahrheitsfindung. Das ist alles seltsam, wenn man sich mit diesen Menschen befasst. Die sind völlig fassungslos, dass ihnen das geschieht und dass auch keine Gerechtigkeit zu erreichen ist. Denn wenn sie sagen, ja, jetzt will ich mal der Sache nachgehen, hier geschieht mir Unrecht, es findet gar keine rechtsmedizinische Rekonstruktion der Tat statt. Die Knochen sind gebrochen, die Arbeit ist erledigt. Es wird abgelehnt, dass die Kriminalpolizei hier mal nach Tat und Tätern sucht. Röntgenbildern werden nicht ausgehändigt, wie es eigentlich selbstverständlich ist. Selbst die Richter beschweren sich in diesem Verfahren immer, dass Radiologen und Rechtsmediziner gemeinsam mauern, die Röntgenbilder niemals aushändigen, sodass auch eine Gegenposition nicht eingehalten werden kann. Es hat sehr, sehr viel Mühe gekostet, in einzelnen Fällen, diese jetzt hier präsentierten Röntgenbilder zu zeigen. Sichern Sie sich sofort diese Röntgenbilder, sonst haben Sie nachher keine Chancen. Und wenn es in einer halblegalen Aktion ist, knipsen Sie die nötigenfalls mit dem Smartphone vom Bildschirm ab. Denn man wird Ihnen die Bilder nicht geben, denn Sie haben ja sowieso keinen Zugriff mehr auf das Kind, auf seine medizinischen Geheimnisse. Mit der Schweigepflicht wird dann verhindert, dass Sie jetzt zu Ihrem Recht kommen. Vitamin-D-Spiegel wird niemals gemacht und AP-Messung, die Knochenenzyme, werden auch nicht bestimmt. Einseitige Ermittlungen, das ist typisch. Rachitische Frakturen haben erkennbare Ursachen. Konsequente Vermeidung von Sonnenlicht bei der Mutter ist das eine Problem. Babynahrung enthält, auch wenn da Vitamin-D draufsteht, viel zu wenig. Die erforderliche Einnahme eines Vitamin-D-Präparates wird nicht verstanden oder vernachlässigt. In der Schwangerschaft wird auch Vitamin-D benötigt, die Kinder kommen schon im Mangelzustand auf die Welt. Rachitische Neugeborene, Justizirrtümer in Serie, alle denken im Verfahren, bei uns gibt es doch keine Nährstoffprobleme und denken, wer in der Nähe war, der trägt die Schuld. Mutter hat immer Schuld, wenn etwas ist mit dem Kind und die Eltern sollen ihre Unschuld beweisen, ein Ding der Unmöglichkeit. Bei Unklarheit muss das Baby sofort gerettet werden. Das sind die Kognitionen, die Denkhindernisse, die komplett in die Irre führen. Ich möchte nun etwas sagen zur Logik der Rachitis, wie es dazu kommen kann, warum es immer wieder diese Probleme gibt. Es beginnt damit, dass am Anfang der Schwangerschaft die Frauen nicht in die Sonne gehen. Es wird zwar Urlaub gemacht, aber die Haut wird bedeckt, man bleibt im Schatten, Sonnencreme wird verwendet, es kommt keine Vitamin-D-Bildung zustande. Auch gegen Ende der Schwangerschaft, dann heißt es, ich habe Kreislaufbeschwerden, ich fühle mich nicht wohl. Die Sonne wird gemieden, weil sie letztendlich in den Medien immer als problematisch hingestellt wird. Es fehlt dann im Körper Vitamin D. Die Kreislaufstörungen führen dann dazu, dass es eigentlich dann ein Teufelskreis ist. Kreislaufstörungen, keine Sonne, keine Sonne, Kreislaufstörungen. Wenn das Baby dann da ist, bekommt es Flaschenkost. Und mit dieser Flaschenkost wird eine Illusion verkauft. Wir haben hier eine Tafel, hier ist die Bezugsadresse, wo aufgeführt wird, dass die ganzen prominenten Präparate letztendlich nur ungefähr ein einziges Mikrogramm, das heißt Millionstel Gramm Vitamin D, besitzen. Und das sind dann 40 Einheiten. Das ist viel zu wenig. Wir rechnen es einmal durch. Das ist die Packung hier von einem, in einem Rachitis-Fall verwendeten Vitamin D angereicherten Babymilch, Babynahrung, Vitamin D 0,93. Wenn wir das mit einer Trinkmenge von 600 Milliliter multiplizieren, dann haben wir eine Tagesdosis von 5,6 Mikrogramm. Das sind 200 Einheiten. Das ist viel zu wenig. 500 wäre das Minimum. Und wir müssen uns klar machen, dass ein Vitamin D verarmtes Kind, was auf diese Welt kommt, dass das natürlich einige 10.000, 100.000 Einheiten braucht, um diesen Bedarf zu decken. Wie ist es mit Tabletten? Gut, es wird dann schon mal Vitamin D Tabletten gegeben. Dann sagt man, ach, wieso soll ich dem Kind das geben? Die Fluorid Komponente führt oft dazu, dass es unverträglich ist. Es wird dann weggelassen und damit die letzte Gelegenheit verpasst. Vor 50 Jahren war es anders. Da bekam jedes Baby 200.000 Einheit als Begrüßungsdosis, damit die Vitamin D Versorgung sichergestellt war. Gerade die Kombination mit Fluorid, die von vielen Kinderärzten propagiert wird, die auch überhaupt ins Gehirn der ganzen Ärzteschaft eingesickert ist, ist unsinnig. Fluorid führt zu Fluoridschäden der Zähne. Es kommt zu weißen Flecken, zu Entkalkungen. Das, was an Fluorid erforderlich ist für den Zahnschmelz, das ist im Leitungswasser bereits vorhanden. Es gibt kein einziges Enzymsystem im ganzen Körper, das Fluorid abhängig ist. Es ist also Unsinn, eine tausendfache Menge, also ein Milligrammteil, sprich 1000 Mikrogramm Fluorid zu geben. Wie ist es mit Sonnenlicht? Vor 100 Jahren wurde empfohlen, die Babys in die Sonne zu legen, damit sie keine Rachitis bekommen. Das alles wird inzwischen vermieden. Das Kind wird mit vielen Kleidungsstücken und Schirmchen geschützt, damit es nun ja keine Sonne bekommt. Und das ist kontraproduktiv. Was ist, wenn das Kind, was so Vitamin D verarmt ist, von einem 20 cm hohen Kissen rollt? Es kann dann dazu führen, dass die Knochen kaputt gehen. Es ist wie bei einer Eierschale, die besonders dünn ist. Wenn das Ei dann ein paar Zentimeter fällt, dann ist der Knackser da. Bagatellen führen zu Frakturen. Welche Untersuchungen sind nötig? Nun, wir brauchen einmal die alkalische Phosphatase aus dem Blut des Kindes. Das zeigt, wie überschießend hoch die Aktivität ist. Natürlich auch Werte wie Calciumphosphat Parathormon und den Vitamin-D-Spiegel. Dann könnte man zeigen, dass das Kind tatsächlich eine Rachitis hat. Ärzte, die Rachitis-Kinder oder Kinder mit Frakturen untersuchen, versäumen das regelmäßig, sodass die Eltern später auch nicht den Nachweis bringen können, dass eine Rachitis vorgelegen hat. Vitamin D heilt. Das ist das Phänomen, wenn dann Vitamin D in ausreichender Dosierung gegeben wird, dann kommt es zu einer schnellen Abheilung und die gesamten Frakturen sind oft folgenlos verschwunden, weshalb dann die Behauptung aufgestellt werden kann. Ja, dann sieht man, es waren Gewalthandlungen am Kind, die die Frakturen herbeigeführt haben. Der spätere Nachweis gelingt dann nicht mehr. Das Kind ist ja eigentlich gesund. Es hat nur einen krassen Vitamin-D-Mangel. Elf, zwölf Monate später ist davon nichts mehr zu erkennen. Wenn Vitamin D gegeben wird, dann dauert es eine ganze Zeit, bis der Spiegel aufgebaut wird, wenn die kleinen Dosierungen gewählt wird. Wir sehen hier, dass beispielsweise Schweizer Kinder in den ersten Monaten bis zum April des Jahres hoffnungslos im Defizit stecken, also auch frakturanfällig wären und erst mit Eintreten des Sommers kommt es zu einem Anstieg. Und ein Beispiel aus Japan zeigt, dass die Erweichung des Kinderschädels bei Neugeborenen, sogenannte Kraniotabis, sehr hohe Zahlen hat, bis 30 Prozent, und zwar in den Monaten Mai und Juni, weil dann die Schwangeren noch keine Sonnenstrahlen haben, einsammeln können. Und erst wenn einige Sonnenmonate da gewesen sind, Juli, August, geht das dann zurück. Allerdings auch nur von 30 auf 20 Prozent, wenn die Frauen die Sonne meiden, dann nützt auch der hohe Fischkonsum in Japan nichts. Wir haben auch das Phänomen der Verstopfung. Kinder im Vitamin-D-Mangel können die Bauchdecke nicht richtig straffen. Die ganze elektrische Steuerung der Darmmuskulatur beruht auf dem Vitamin-D-Calcumsystem. Der weiche Bauch mit einer unzureichenden Tätigkeit hier auch im Röntgenbild an diesen Blasen zu erkennen, ist typisch für den Vitamin-D-Mangel. Wenn das Kind stark schwitzt, ist das ein Adrenalineffekt. Ebenso die Schreckhaftigkeit, wenn die Zähne nicht kommen und die Motorik nicht funktioniert und das Krabbeln. Das alles sind Symptome des Vitamin-D-Mangels. Ein Mangel an Haaren gehört allerdings nicht dazu. Sudden Infant Death Syndrome, das heißt plötzlicher Kindstod, wenn Babys tot im Bett liegen, dann ist das ein Schock für alle Beteiligten. Und man hat statistisch immer wieder festgestellt, dass das insbesondere im sozialen Randbereich passiert, sprich bei Frauen, die jetzt nicht die Villa und den Swimmingpool mit der Sonnenterrasse haben oder viermal im Jahr in den Urlaub fahren. Es ist ein Phänomen des sozialen Randes. Und das kommt eben dadurch, weil kein Vitamin-D im Körper der Schwangeren ist und dann auch beim Baby nicht. Und wir sehen hier zwei Studien, die zeigen, dass gerade Kinder, die gestorben sind, einen ganz miserablen Vitamin-D-Spiegel hatten und auch ein niedriger Calzum-Spiegel in Verbindung mit einem plötzlichen Todesfall zu sehen ist. Und wenn man diese Kinder nach dem plötzlichen Kindstod obduziert, dann findet man nichts, weil nämlich dieses Vitamin-D-Calzum-System sich nicht sichtbar irgendwo abbildet. Wir können das höchstens über eine Vitamin-D-Messung im Blut machen. Und dann haben wir praktisch den Täter schon gefunden. Vitamin-D-Mangel, Rachitis bringt Kinder um. Warum hat dieses Vitamin-D-System so unglaublich viele Wirkungen an den verschiedensten Stellen? Das hört sich ja an wie eine Wundermedizin. Nun gut, Sonne kann Wunder bewirken. Wir sehen hier drei Personen mit ihrer Genaktivität, die über die verschiedensten Gene gemessen wurden. Im Vitamin-D-Mangel ist diese Zone blau. Hunderte von Genen sind abgeschaltet und inaktiv. Und dann bekommen genau diese drei Personen Vitamin-D und steigen dann zehn Punkte an. Und wir sehen, dass es ein Unterschied ist wie Sommer und Winter. Hier fangen die Gene an zu arbeiten, die verschiedene Zellprozesse in die Wege leiten und kontrollieren und andere beispielsweise Allergien, die gehen dann runter. Wir haben also hier praktisch den mächtigsten Stoff zur Steuerung der genetischen Aktivität und das seit Milliarden von Jahren ist das in die Biologie integriert und wir sollten das endlich mal zur Kenntnis nehmen. Das war der Vortrag Justizopfer, Rachites, Justizirrtum und die Logik. Ich möchte aber jetzt hier eine Dokumentation anhängen über die Geschichte der Rachites. Eine Dokumentation, die beginnt im Jahre 1863. Gottfried Ritter von Rittersheim hat hier die ersten Zeichnungen abgeliefert und gezeigt, dass hier eine Serienfraktur der Rippen schließlich zum Rachitischen Rosenkranz geführt hat. Wir sehen es auch hier auf der Innenseite. Die Weichenstellen knacken der Serie nach durch und bilden dann diese unzureichenden Frakturheilungen. Im Jahre 1904 hat Wilhelm Stölzner geschrieben, dass es zu multiplen Frakturen kommt und dass man dem damals noch versucht hat mit Hülsen und Schienen vorzubeugen. Im Jahre 1910 hat Freiherr Friedrich von Recklinghausen diese Knochenbilder von verstorbenen Rachiteskindern gezeigt. Wir sehen hier diese blätterteigartigen Lamellen und die Verbiegung der Knochen. Es gibt auch Knochenlücken, Infraktionen, Umbiegungen, Teleskopbrüche, all das, was wir vorher schon im Röntgenbild gesehen haben. Abgeknickte Knochen, Einlagerung in speziellen Zonen, das sind die typischen Rachitiszeichen, auch diese Lücken, die im Knochen entstehen, weil einfach das Baumaterial fehlt. Wenn das jahrelang so weitergeht, der Knochenbau sich nicht richtig entwickeln kann, dann biegen sich hier die Hüftgelenke runter. Das heißt, die Coxavara, die abgesenkten Knochenhälse im Oberschenkelhals sind typische Rachitisfolge, Vitamin-D-Mangel, auch die Plattenrippen, die Skoliose, alles, was in der Orthopädie sich abspielt, ist letztendlich immer in Bezug zum Vitamin-D-Mangel zu sehen. Hier sehen wir von Friedrich von Recklinghausen noch einmal die Serienfraktur wie eben schon bei Ritter von Rittersheim gezeigt. Das haben wir schon ausführlich gesehen. Immer wieder die Betonung, dass in ungeahnt kurzer Zeit die Natur es schafft, diese Fehler wieder auszugleichen. Und im Jahre 1919 trat dann eine Revolution in die Fachwelt. Wir sahen, dass ein Röntgenbild mit trüben, flauen Knochenenden ohne Kontur innerhalb von kurzer Zeit hier einen normalen Knochenaufbau zeigten. Durch die künstliche Höhensonne, das war Dr. Hulczynski in Berlin. Und etwa zehn Jahre später konnte dann das Vitamin-D gefunden werden. Das ist Dr. Windaus in Göttingen gelungen. Er bekam dafür den Nobelpreis. Es wurde anschließend das Viganthol entwickelt und zur Marktreife gebracht. Man hat in dieser Zeit auch Aufklärungsaktionen gemacht, um auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. Kinder der armen Menschen, die eben unter freiem Himmel gelebt hatten, hatten keine Rachitis, während es das Phänomen war in Indien, dass die Kinder der Reichen den Mangel hatten. Und das heißt eben, schicken sie ihre Kinder raus an die frische, gesunde Luft. Allerdings Luft allein genügt nicht, es muss auch die Sonne scheinen. Ein weiterer Entwicklungsschritt im Kampf gegen diese Erkrankung war im Jahre 1971 die Entdeckung von Professor Hollig, dass er erkannt hat, dass dieses Vitamin D die Speicherform ist und dass es zusätzlich eine aktive Komponente gibt, die an diesen drei roten Punkten aktiv wird und dadurch die Rezeptoreffektivität erreicht. Dieser selbe Autor, Professor Hollig, hat hier die Wiederauferstehung des Vitamin D Mangels und der Rachitis beschrieben. Hier sehen wir die trüben Knochenenden ähnlich Hulczynski, die dann unter Vitamin D ausheilen konnten. Ein Problem, was im Jahre 2006 beschrieben wurde und entsprechend zu den vielen Kindern, die eben Serienfrakturen hatten, erschienen auch im amerikanischen sehr viele Artikel über das Thema Kindesmisshandlung, Englisch Child Abuse oder Physical Child Abuse und hier ist ein blinder Fleck in der deutschen Rechtsmedizin, dass man das eben nicht zur Kenntnis genommen hat. Es gibt natürlich noch andere Ernährungsstörungen, beispielsweise durch Mangel an Vitamin C und K2 kann es zusätzlich zu einer erhöhten Knochenbrüchigkeit führen, wenn die Schwangeren sich schlecht ernähren oder nur mit Übelkeit und Erbrechen zu tun hat, dann gibt es eben die Krankheit der bröckeligen Knochen. Brittle Bone Disease. Auch hier herrschen erhebliche Wissenslücken. Wenn bei einem Säuglinge die Knochen brechen, ohne dass äußere Verletzungen zu sehen sind, dann muss man das eigentlich als das Wahrscheinlichste annehmen. Aus aus Japan kommt dieser Bericht dass eine hohe Prävalenz das heißt ein stark verbreiteter Nachweis von Vitamin D Mangel bei schwangeren Japanerinnen zu erkennen ist und dass das auch ein erhöhtes Frakturrisiko mit sich bringt. Wir haben aus Kalifornien 2011 diesen Bericht wo eben gezeigt wird dass diese schlauchartige Umhüllung des Knochens ein typisches Rachitis Zeichen ist und dass diese wolkenartige Knochenbruch Heilung im Zusammenhang mit einer zeleskopartigen Stauchung typisch ist für Rachitis und die Kindes Misshandlung aus böser Absicht widerlegen können. Dieser Bericht aus Kalifornien 2011 zeigt dass viele Frauen in der Schwangerschaft einen Vitamin D Mangel haben und dass schon ab einem Wert von 32 Nanogramm ein geringeres Risiko ist für Schwangerschaftsdiabetes vorzeitige Geburt Schwangerschaftsvergiftung und Blutdruck viele Probleme der Schwangerschaft werden durch steigende Vitamin D Spiegel gebessert und wir sehen ja dass in Afrika hier Werte von etwa 50 60 normal sind wir haben aus Kanada den Bericht 2015 in der Frage ist es nun Rachitis oder ist das Kind misshandelt und geschlagen worden dass es eindeutige gewebskundliche histologische hinweise gibt die sagen das ist eine Rachitis ist das hat mit Misshandlung nichts zu tun all diese Dinge diese wissenschaftlichen Annäherung an das Thema fehlen noch in den Köpfen der deutschen Rechtsmedizin Vielfache unerklärbare Frakturen bei Kindern das ist wiederum das Thema von Michael Hollig der mir hier deutliche Hilfe gegeben hat er selber ist der weltweite Experte Nummer eins auf diesem Gebiet er hat zum Thema Vitamin D in den letzten Jahrzehnten insgesamt über 400 Publikationen platziert und dieser Experte wurde von einem deutschen Gericht als Wichtigtuer abgetan so sieht es aus 2017 hat man in dieser größten Datenbank der Medizin zum Thema Rachitis und Kindesmisshandlung allein 58 Nennungen diese 58 wissenschaftlichen Publikationen seien allen die sich damit befassen dringend empfohlen Rachitis zu erkennen das ist eine hohe geistige Herausforderung an der durchschnittliche Herangehensweise scheitert wir müssen es immer im Kalkül haben dass im Hintergrund eine hormonelle Störung des Knochenstoffwechsels vorliegt wenn es behauptet wird Knochenbrüche beweisen die Misshandlung des Säuglings dann muss man sagen ihr habt keine Ahnung und wenn es beim Jugendamt heißt das Wohl des Kindes ist in Gefahr das Kind muss sofort den Eltern entzogen werden denn es hat die Knochen gebrochen das ist alles Folge einer dummen quasi mittelalterlichen Unwissenheit und wenn es heißt Knochenbrüche rechtfertigen den sofortigen Kindesentzug und hier sind sich dann oft alle einig vom Klinikarzt bis zum Richter dann muss man sagen ihr habt das vergessen was die Medizin bereits vor 100 Jahren zusammengetragen hat besonders bitter ist es wenn dann alle Rechtsvertreter auf dem Standpunkt sind wir sind die guten sobald das Baby in den Händen der Behörde ist verlieren die Eltern alle Rechte die können nicht das Kind nehmen und sagen wir wollen jetzt mal den Vitamin D Spiegel bestimmen wir hätten gerne die Röntgenbilder wir möchten dies und das all dies unterbleibt denn das Kind ist ja jetzt in der Obhut des Jugendamtes eine quälende Auseinandersetzung es ist es dauert oft viele Monate und Jahre dass man an die Röntgenbilder kommt wenn man überhaupt das bekommt das Ganze hat den Plot einer Hexenjagd immer dann wenn im Mittelalter eine Krankheit plötzlich und unerklärlich auftrat eine solche Knochenbrüche beim Kind dann hat man natürlich der Mutter den Zaubereivorwurf gemacht und gesagt du kannst ja deine Unschuld beweisen es wird dann auf Mobbing statt Kriminologie geschaltet alle sind sich einig so etwas schreckliches Brüche Knochenbrüche beim Kind Verformungen das ist ein fauler Zauber dem begegnen wir mit Anwendung seelischer Grausamkeit da kann die Mutter noch so weinen das zeigt nur dass sie hier versucht sich herauszuwinden diese Hexenjagd muss endlich ein Ende haben wir suchen daher Radiologen mit Kompetenz in der Rachitis die in der Lage sind die gezeigten Bilder am Röntgenbild zu finden und auch darüber ein Gutachten zu schreiben wer hier mit arbeiten möchte möge sich hier bitte melden das das unsere perspektive sonnenschein statt Rachitis wir brauchen unbedingt vitamin d in der schwangerschaft es muss eigentlich ins vorsorgeprogramm aufgenommen wird da ist jede menge zeug drin aber aber das was dem kind und der schwanger wirklich gut tut nämlich vitamin d das ist noch ausgeblendet vitamin d natürlich auch in der stillzeit 4000 einheiten kein fluorid das ist kontraproduktiv sonne ist letztendlich heilsam das ist der ausblick aus einem steinigen labyrinth ich wünsche bei der anwendung von vitamin d viel erfolg dankeschön hier sprach raimund von helden der bekannteste und prominenteste forscher im bereich der vitamin d forschung michael hollig professor aus boston mit mehr als 400 wissenschaftlichen publikationen kann uns aus mit berufenem munde sagen dass der vitamin d mangel wieder ein problem geworden ist mit globalen auswirkungen eine epidemie im kindesalter auch rachitis ist keine seltenheit mehr in der folge davon gibt es in deutschland das ja deutlich weiter nördlich liegt als die usa eine serie von justizirrtümern mit kindesentzug wo man frakturen durch rachitis den müttern angelastet hat mittelalterliche situation es ist leider so und das bezieht sich auf eine zeitspanne von 100 jahren dass diejenigen die sich an die vergangenheit nicht erinnern verurteilt sind sie zu wiederholen dieser zustand muss schleunigst behoben werden wir wähnen uns in einem zeitalter des explodierenden wachsenden wissens die dateien die festplatten alles quillt übervoll informationen nur die informationen die unser leben gesund halten das wissen um die notwendigkeit von sonnenlicht das ist leider verschüttet worden höchste zeit dies zu ändern danke für ihre aufmerksamkeit